es ist so einladend aber wahrscheinlich ist ihnen das auch aufgefallen haben sie gesagt nö hier machen wir keins hin so ist noch keins so anscheinend nee ich sehe hier absolut nichts was steht hier nämlich hilft euch wenn ihr wollt so viel ihr wollt allerdings solltet ihr vorher fragen ob euer gegenüber diese hilfe auch möchte wenn nicht der bitte niemanden den spaß ich habe eins gefunden diese stelle da bist du wo hast du denn eins gefunden hier auf der elke muss man erst hier rüber abs 19 warte auf mir gute deutsch ja man braucht gar nicht dahin laufen ich krieg das schon wenn ich hier stehe du hast einsprung zu viel gemacht hallo hallo du bist schon wieder weggenaufen mal so lang ja ich stehe auf dem main server ähm bild wirklich ist nichts ich habe aber ein eingefriert gefunden du hast ein eingefunden ja der solar muss hier auf das main server schild bist du das da ja kannst du bitte aufhören zu sneaken dann kann ich deinen namen auch lesen danke also ich weiß nicht wie wir da jetzt sind von hier aus aber da da ist ein ei das holle schmerz oh oh gott was ist das für ein sprung puh einen den ich geschafft habe auf der seite waren wir noch gar nicht ja ich hab's aber nur von weitem gesehen und dachte mir okay es ist das was du siehst das von weitem ja ich stand auf diesem main server schild okay ähm hr jetzt sind nur noch ein und neunig versteckte eier hä ja habe ich mich auch gerade gefragt hä Oh, ich hab's wieder zurückgeschafft. Yay. Da bist du, ich hab dich gefunden. Wollang? Weiß nicht, hier ist noch so eine Höhle. Hier ist die Höhle. Ja, ich weiß. Ja, da bist du doch hochgegangen vorhin. Ich hab nur geguckt und dann vielleicht irgendwie was im Gras war. Was ich vielleicht übersehen habe. Hier ist so viel Wasser. Oder hinten ist noch eine Höhle. Und hier ist eine Brücke. Ja, Brücke. Ich weiß gar nicht, wo man hier zuerst gucken soll. Entweder da unten im Wasser ist eine Höhle gewesen oder hier drin. Wow. Ich war so runtergefallen. Wo geht dieser Gang lang? Ich kenn den gar nicht. Kannst du den Weg hier? jetzt hatte ich kurz längst folgen wir mal den Weg jetzt geht's nach unten wo bist du? ich bin die andere Seite lang gelaufen da zu treffen ich bin bei andere Seiten man kommt bei meiner Weg raus hab ich mein eigenes Leben ich hab'n Gang gefunden und noch ein Gang nein, nur ein Gang aber kein Ei wißt du, wo ich bin? ich hab' ne Brücke gefunden oh der Gang führt im Kreis ups jetzt kommst du bei dem anderen Haus raus wo du vorhin das Ei gefunden hast wo man da so komisch hinterlegt Wasser auf ja ich komm' auch hin ich kann leider nicht rennen da ich seh' dich hi 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 mit Wasserball für Arme Leute hm so mal gucken hier könnten überall jetzt wollte ich sagen überall Hasen versteckt sein wir suchen aber keine Hasen wir suchen aber keine Hasen dumm läuft hier ein wildes Atem den suchen wir aber trotzdem nicht ich sehe vielleicht was so ne Lücke, ne was ist es leckt ein bisschen es ist nicht komplett flüssig wenn wir mehr Eier ja bevor wir laufen wie Saphir irgendwas in der Höhle ist natürlich nix drin die war so einladen schwimm 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 jetzt sind wir Hasenfische ich seh' dich die einfach alle Eier sammeln sind klar warum nicht 17 Leute Luft holen was stimmt da die farbigen ich konnte den Chat nicht lesen ich bin wieder runtergetrieben worden da da nein nicht nicht wo bist du hin da ich sehe dich noch gerade so ich bin dir hinterher aber hier ist gar nix h oh mach er Hinselte ich habe auch ein Ohrform gerade davon ich nicht ich wusste nur dass du wahrscheinlich wieder ein hast aha ich hab dich trotzdem verloren nein lass du gar nicht doch ich sehe dich nicht mehr boah der Zoller wird noch stehen ich sehe nur lauter Eier anzeigen ich bin auch alt Prozent Euro sie ist auch nix diesen Baum Wolme zählen die Zoller gehört das ja auch alles noch dazu wird alles zum Haft aber der Haft hat doch eigentlich war doch immer so klein der Haft geht aber eigentlich so groß hallo hast du dir die Karte hinten mal angeguckt ich will sie gar nicht sehen oder Wasserströmung auch da ist eine World Border nein da sieht man auch mal eine ich kann auch mal eine World Border sehen Juhu mhm in theory son oh Gott ich sehe keine World Border ich sehe nur ein Loch ähm ich weiß dass man Schaden bekommt hinter der World Border soweit weiß ich jetzt fink ich da lieber nicht hinter aber hier ist ein Wald ich sehe dich nicht mehr okay dann suchen wir jetzt wohl einen getrennten Weg weil ich dich verloren habe weil ich irgendwo runtergefallen bin ich bin einfach nur da lang gegangen wo du mir vorhin zugewunken hast quasi naja ich bin und dann bin ich bloß einfach auf der auf der anderen Seite vom Berg runter gegangen gibst du das? ja ja ich habe hier teilweise komische Grafikfehler ich kann teilweise durch den Berg durchgucken hier ja das habe ich ja auch ja und hier hinten ist eine World Border ja und dahin alle auf der anderen Seite auch gehen wir jetzt bis zu World Border und gucken da lang oder was ist das ich wollte jetzt hier durch den Wald gucken vielleicht ist hier was bei den Pilzen oder so wir dürfen nur nicht aus der Welt Border raus gehen sonst haben wir ein Problem mhm denn Darko wird durchaus sterben falls wir überhaupt durchkommen das weiß ich jetzt gar nicht mach ich dann meinen Baum hm ob hier überhaupt irgendwas ingestellt wird weiß ich nicht auch nicht oh Gott man kann durch die Welt Grenze gehen warum sehe ich dich schon wieder nicht ich such dich ich bin hier an dem See bei dem wir eigentlich eben noch gemeinsam waren da 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 bist du aber ich habe immer noch nichts gefunden hier vielleicht ist ja was auf den Bäumen ich auch nicht ja das wäre aber wirklich fies mhm wenn man irgendwo einen Weg findet auf die Bäume rauf zu kommen nicht da wird sich wohl einfacher als gedacht und runtergefallen so ein kack was es war einfacher als gedacht und runtergefallen ja einen Weg zu finden war einfacher als gedacht weil hier ist einer ja baum laufen aber hier ist kein Ei ne ne hier ist ein Pilz aber kein Ei Herr Osterhalser guckt bestimmt einfach dein Spiemen und Lapp sich ins Häuschen weil wir so dumm sind und totaler komplett falschen Trelle sind genau genau oh Gott wie da haben wir noch gar nicht dran gedacht dass hier was ist dass wir hier ja hätten gleich 30 Eier mehr ja genau wir denken nachher heute auch wir sind fast durch wenn wir weiß nicht 60 haben oder so und dann steht da morgen auf einmal 150 oder so was wir den Bereich jetzt hier gesehen haben ui wo sind wir hier wo sind wir hier warum sind wir hier weiß ich nicht ich war hier noch nie ich war hier noch nie ich auch nicht ich war generell nie wirklich weit weg vom Hub äh die kommen nicht hoch Mist ne kletter kletter ach ich mag keine Sprünge wo was auf der Decke ist bist du hier hochgekommen Also Noah es ist jetzt knick dich ne ich komm da gar nicht hoch hello ne ne